Nicht nur das Jahr 2021 fängt heute neu an, Gott fängt neu mit uns an, immer und immer wieder. Gott macht einen neuen Anfang, als die Schöpfung im Strudel der menschlichen Bosheit und Gewalt untergegangen war. Da fängt er mit Abraham neu an und zeigt sich als treuer Gott. Gott schenkt einen Neubeginn, als die Menschen nur noch Marionetten des Pharao in Ägypten sind. Da fängt er mit Mose neu an und macht aus einem Haufen entlaufener Sklaven sein Volk. Wenn du in der Heiligen Schrift liest, findest du immer wieder Beispiele, dass Gott neu anfängt. Sein spektakulärster Neuanfang geschieht in Bethlehem. Das Kind in der Krippe ist Gottes Neubeginn mit uns Menschen. Das ist so besonders, dass wir von diesem Moment an unsere Jahre neu zu zählen begonnen haben. Du kannst auch neu anfangen, heute. Die Zukunft muss nicht wie die Vergangenheit werden. Und wenn dann trotz guter Vorsätze für das neue Jahr doch einiges schief läuft, fang immer wieder neu an. Denn Gott fängt in seiner Liebe auch immer neu mit dir an. Im Nachtgebet bete ich darum, dass wir im Jahr 2021 darauf vertrauen und uns darüber freuen können. 22 Uhr domradio.de Dein Weihbischof Ansgar